Gut, 79 schon. Oh, Herz. Die kann man auch, glaube ich, ah, Stärke tragen. Ja, das ist gut. Geben wir ein bisschen Stärke dran. Brauchen wir sogar so viel später, für den dunklen Ritter. Das ist ja keine Überraschung, wer der Endboss ist, weil wir haben das Watten vom dunklen Ritter, wir sind im Gebiet vom dunklen Ritter. Deswegen wird er wahrscheinlich auch der dunkle Ritter sein. Oh, ein Siedlerkrebs. Oh nein. Nein. Autsch. Okay. Zwei davon sind leicht. Zwei davon sind leicht. Okay, verschwinde. So, jetzt kann ich jetzt auch nochmal testen. Warte, was für ein Element hast du eigentlich drauf? Feuer. Was? Ich habe Feuer und das hat keinen gewirkt. Interessant. Okay, Dude. Okay. Ja, man merkt, du machst nicht so viel Schaden, aber... Ah, come on. Das Game hast du. Mal gucken, was ist es. Stärker. Hast du. WP. Aufnahme ist aktuell voll. Okay. Okay. Dann machen wir das doch. Dann haben wir... Ein Angriff mehr. Yay. Was für ein Element... Was hast du Feuer? Ich hatte Feuer gehabt. Sonst ganz bescheuert. Wir machen das mal normal, ja. Wir machen das mal den Einseitlerkrebs. Alter, ist das laut, ey. Die Waffe, ne, die ist unheimlich laut. Ich rede gerade nichts und ich sehe nur den Kegel. Ja, ja. Die Waffe von Osmond ist so mega laut gemacht worden. Funktion ist sogar... Ist sogar noch angenehmer. Aber wieso hattest du jetzt... Keine Wirkung. Bin das irritiert. Du hattest aber Feuer. Das... Irritiert mich jetzt gerade. Wieso hast... Wieso hat das jetzt keine Wirkung? Ich verstehe das nicht. So, aber wir werden jetzt erstmal... Die gute Kollegin. Ja, also 51. Sogar Osmond hat mehr. Abwehr. 10 Abwehr mehr. Oh Gott. Rebecca. Rebecca. Ähm. Ach, ich weiß nicht. Andere Pleite wegen jetzt einfach nichts. Gut. Ähm. Das hat mich schon irritiert. Wieso? Du hast... Element Feuer, oder? Hä? Ne, ich habe jetzt kein Element drauf, ne? So, ich muss hier aufpassen. Na ja. Gib mir ein bisschen Stärker dran. Dann kann ich den Typen hier schneller besiegen. Kein Stärker dran. Schade. Brauchst auch nicht mehr so einen Ausgangsschlüssel. Okay. So. Wir haben... Nicht bearbeiten, sondern... Attribut. So, dude. Jetzt wir zwei. Wir tanzen mal wieder ne Runde. Warte. Na komm. Uh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich auf jeden Fall mega aufpassen. Mega aufpassen. So, reparieren. So. Nein. Jetzt. Jetzt. Ja, Windstein. Oh, das ging eigentlich noch. Da war er abgelenkt. Okay. Moment. Puh. Feuer, 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 Feuer. Na komm. Du bist fast down. Noch. Zwei. Zwei Schläge. Noch einen Schlag. Tschüss, dude. Und du gibst mir nicht den Ausgangsschlüssel. Du bist doch eine Dachsau. Okay. Feuer. Uäh. Was war das denn jetzt? Okay. Silberschlüssel. Hurra, hurra, hurra. Gib mir lieber den Ausgangsschlüssel. Oder zumindest zum Heilen irgendwo. Oh nein. Nicht du schon wieder. Ich bin froh, wenn ich diese, diese Alexander losgeworden bin. Ganz ehrlich. Was soll ich. Ne? 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ah, okay, das war zu früh. 1,2,3 1,2,3 1,2 und, oh man. Oh man. Ach, come on. Ich treffe ihn nicht mehr. Darf abzublocken, du Mistvieh. Ganz ehrlich, ich stelle dich mal wie ein Mann. Alexander. Das war jetzt ein Todesstoß gewesen. Wenn du das jetzt gemacht hättest. Oder wenn du mich getroffen hättest. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mach du mit deinem Trickschild. Ach man, wieso klappt das nicht mehr? Du hast doch gerade gut hinbekommen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, das war jetzt 1, 2, 3. Ja. Geh weg. Ja. Ja. Und ich hab ne Säule. Und du hast den Ausgangsschlüssel nicht. Oh, du dreckiges Vieh. Du bist so ein dreckiges Vieh, weißt du das, Alexander? Weißt du das? Boah, verdammt hab ich wirklich Schiss. Das wird wahrscheinlich noch mehr auf diese Ebenen sein, ne? Ich kann's mir gut vorstellen. So, Donner. Donner. Das hab ich nicht gesagt. Und wir haben aber zumindest noch was zum Heilen. Das ist okay. Ah. Wir haben noch ein... Noch ein Gemron. Einen Wind-Gemron. Okay. Hat er das gerade Feuer gespuckt? Was? Oh, mein Aufnahmen ist wieder voll. Alter, geht das mit dem Zucken hier. Ich muss mir mal... Das Einkaufskraft-Dinger mal holen. Oh. Aufnahmen ist... Ausgangsschlüssel. Okay, ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Mal heilen. Tschüss. Mal kuchen. Jawohl. Monster ist voller Energie. Alles klar. Und Tschüss. Ich bin weg. Auf jeden Fall bin ich weg. Sehr schön, Gemron. Vielen Dank dafür, dass du mir den Ausgangsschlüssel gegeben hast. Ebene 80, meine Damen und Herren. Okay. Äh, wir werden jetzt erstmal die Waffe upgraden. Haben wir irgendwas noch, was wir da reinpacken können? Haltbarkeit. Zauberkraft brauchen wir alles gar nicht mehr, ne? Dann packen wir jetzt ein bisschen Donner rein. Haben wir noch irgendwas Donner-mäßiges? Nö. Packen wir da noch ein... Feuer rein. Was haben wir hier? Kälte brauchen wir eigentlich auch nicht. Heilig. Irgendwie... Irgendwie... Dino... Untod... Wo ist das? Da war er schon hoch. Steinbrecher... Metall... Ja, packen wir das einfach rein. Ähm... So, aus... Aufrüsten... Und dann schauen wir mal. Ginge... Ach, come on. Das Game hasst mich wirklich, ey. Okay. 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 Okay, wir haben hier noch einen. Aha. Aha. Okay. Konzentration. Das war jetzt wieder zu... Das war zu früh. Okay, Timing ist... Das A und O hier. Bleib mal ein bisschen an einer unsichtbaren Kante hängen. Du Mistfee. Das war zu früh. Das war zu spät. Ach, come on, Alter. Änderst deinen Rhythmus, ne? Du Mistfee. Hallo? Ich treffe ihn gerade nicht mehr. So, jetzt treffe ihn eh nicht mehr. Jetzt auch nicht. Okay. Sorry, der ist ein bisschen still, wenn der ist gerade bei dem Vieh. Weil ich habe keinen Bock auf Gift. Und das Vieh habe ich sowas... Auf der Vieh habe ich sowas auch kein Bock drauf, ey. Warum? Ist das schon wieder hier? Warum? Lass mich doch in Ruhe damit. Ich attackiere lieber diesen tankigen Weltraumfisch, aber Alexander ist... Äh, ne. Ne. Oh, 142. Oh mein Gott. Ja, das Vieh hat viel Leben. Ähm, ich finde das okay, wenn er sich nicht bewegt, weil er One-Head nicht bewegt ist. Er macht mit 200 Charm. So, hast du vielleicht sogar den Ausmischungsfluss? Dann kann ich schon mal eben 80 abhaken. Okay, nein, hast du nicht. Schade. So, reparieren. Da brauchen wir dann mal ein bisschen Reparaturpulver. Oh, da haben wir noch ein Vieh. Mal wieder. Nein, nein, nein. Du bewegst dich. Du bewegst dich. Oh, fuck. Du bewegst dich. Du bewegst dich. Du bewegst dich. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Holy moly. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit spammen muss. Oh, das geht auf die Ohren, finde ich. Aber mit Xiao ist es halt für mich am einfachsten hier. Xiao ist sowieso mein lieblingscharakter. In den Händen. Also, da bin ich kein Freund von. Genauso wie von ihm. Von ihm bin ich auch kein Freund. Oh, nein. Zwei Stück. Warum? Okay, stachelig. Zwei von euch. Deswegen dauern auch die Ebenen lange, weil das auch ein langer Kampf ist. Okay, ein Schlüssel. Oh, mein Gott. So. Attributfeuer. Bleib mal bitte an der Kante hängen. Das wäre am sinnvollsten. Geh weg von mir. Ja, so 700 Damage würde ich schon gerne reindrücken. Ich glaube, ich nutze jetzt einen Stärke-Trank, ganz ehrlich, Leute. Das geht mir so auf die Nerven. Wo haben wir den denn? Da oben. Locken wir nicht ab. Das kostet meine Stärkezeit. Okay, Gift ist mir jetzt eigentlich egal, aber auch nicht. Komm. Ah, come on. Aber ich bin nicht vergiftet. Das ist gut. Geh weg. Geh weg. Uiuiuiui. Wenn wenigstens du jetzt eine Ausgangsschüssel hast, dann habe ich hier nicht umsonst gekämpft. Aber ich vermute es. Na ja, super toll. Ah, super toll. Okay. Okay, wir schießen uns einfach nur drauf. Gucken, wie ich den Schaden nicht umrüsten kann. Ob die Schüsse daneben gehen. Mist, wie... Ah, toll. Der Kampf war wirklich umsonst. Okay, äh, honger Xiao wieder. Das war das Wiederbelegungspulver. Muss ich gleich nochmal holen. Okay, wir haben ja ein paar Blitzsteine und wir haben ja ein paar Sachen zum Verkaufen. Ich hoffe, es ist auch wissentlich ruhiger, was das hier angeht. Wir gehen aber erstmal hier lang. Ich bin froh, dass es das, dass die letzte Ebene ist mit euch. Dricks piechern. Ich bin euch dann endlich los. Hoffe ich zumindest. Und in der 81. Ebene kommen wir wieder neue Monster. Ich hoffe mal, bitte nicht so ein Modell. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich sehe nichts. Hu, 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 hu. Nein, nein, gib mir ein Freundchen. Nein. Nein. Okay. Der Wagen ist mir eigentlich egal. Der Wagen ist eigentlich noch in Ordnung. Oh, shit. Wisst ihr, was ist, ich habe das Gefühl, dass der Wagen den Ausgangsschlüssel hat? Keine Ahnung warum, aber ich vermute es. Trifft ihr mich hier? Ja, ne? Warte mal, müssten wir da stehen. Schön gegen die Wand schießen. Nein, nicht gegen mich. Gegen die Wand. Oh. Schön abwarten, bis er geschossen hat. Ha! Ha! Mein Gefühl hat sich nicht getäuscht. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass er tatsächlich den Ausgangsschlüssel hat. Weg hier, Alter. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ganz ehrlich, das Game hast du nicht. Okay, hier ist nichts. Aber wir haben Heilung. Das ist gut. Weg mit uns. Weg mit uns. Wo müssen wir überhaupt lang? Wo ist der Ausgang? Ich habe keinen Müll mehr. Ah, hier ist der Ausgang. Aktuell ist gestiegen. Das ist gut. So. Ritterwamm. Schwarzen Ritters. Nicht Dunkelritter, sondern Schwarzer Ritter heißt der. Dann wird er Schwarze. Ritter. Schwerst füre... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.